Dieses Video solltet sich die Versicherungsbranche ganz genau anschauen, denn mit dem Einsatz von nur 30 Euro könnt ihr euch den Unterschied erkaufen zwischen einem Wasserschaden von sagen wir mal 1000 Euro und einem Wasserschaden von 30.000 Euro. Und was meine ich damit? Mit dem Shelly Flat Gen 4 könnt ihr nun neuerdings hier Kabel auslegen bis zu 100, 200 Meter und dort immer an gefährlichen Stellen, wo was austreten könnte, das Ganze ganz smart, ganz schnell detektieren. Und dem Fazit erkläre ich euch, wie man das Ganze in einem ganzheitlichen Szenario sehen sollte und wie das perfekte Smart Home mit diesem Gerät dann aussehen könnte. Der Wassermann hier vorne ist der Uhr, willkommen beim YouTube Kanal Smartzeug. Lasst uns nun gemeinsam in diesem Video das Shelly Flat Gen 4 noch besser verstehen, noch besser kennenlernen und die beste Nutzung hier für euer Smart Home herausfinden. Und wenn ihr zukünftig solche Folgen, solche Videos gar nicht verpassen möchtet, ihr wisst was zu tun ist, lasst einfach ein Abo da, ansonsten filmen ab. Kommen wir nun zum Unboxing des Shelly Flat Gen 4 und ganz spannend, für Gen 4 Geräte typisch haben wir Zigbee, MetaWire Wi-Fi, Bluetooth und Wi-Fi selbst, diesmal in der sechsten Generation. Also da macht Shelly einen Schritt nach vorne. Und weil es ein Meta-Gerät ist, haben wir hier einmal den Meta-Code, den finden wir aber auch in der Shelly App wieder. Und außerdem sollten wir das hier in der Verpackung auch wieder finden. Und da ist er schon. Das heißt, den könnt ihr verlieren, den könnt ihr verlieren, aber die App und die Einstellung solltet ihr dann nicht verlieren. Nach dem Unboxing finden wir nun folgende Gegenstände wieder. Natürlich einmal hier das Gerät. Wir haben dann ein Verlängerungskabel, um dieses Detektorkabel, nennen wir es mal, zu verlängern. Wir haben einmal die Rückplatte, das könnt ihr entweder hier mit Dübeln und Schrauben festmachen oder hier mit so einer Klebevorrichtung. Wir haben die Bedienungsanleitung, wie eben gesagt den Meta-Code und einmal hier ein QR-Code für die Facebook Shelly Support Gruppe. Aber anstelle der Shelly Support Gruppe auf dem Facebook könnt ihr auch bei uns im Forum vorbeischauen, www.community-smarthome.com und dort wird euch auch geholfen. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns mal hier mit dem Gerät im Detail und ich nehme hier einmal den Deckel ab, damit ihr auch das Innenleben seht. Standardmäßig wird das Gerät hier mit vier AA-Batterien ausgeliefert und hier ist auch so ein Kontaktschutz. Sobald ich den entferne, fangen dann die Batterien sich an zu entladen. Das ist deshalb gut. Auch wenn das Gerät jetzt ein Jahr im Lager liegt, wird es nicht in der Zeit entladen und ihr bekommt in der Regel immer volle Batterien mitgeliefert. Nichtsdestotrotz, wenn ihr wirklich vorhabt, dieses Gerät viele Jahre zu nutzen, würde ich euch empfehlen, hier so eine wieder aufladbare Batterie zu nutzen. Muss nicht diese sein. Ich vertraue einfach hier den Eneloops, sind irgendwie auch total bewährt. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibungsbox und dann könnt ihr damit sehr viel Spaß haben. Und ein passendes Ladegerät packe ich euch auch da gleich mit rein. Ist auf jeden Fall viel nachhaltiger, als hier ständig diese einmal Batterien zu kaufen. Jetzt kann ich auch hier diesen Kontaktschutz einmal entfernen und jetzt blinkt das Teil auch blau und somit geht es dann hier in den Pairing-Modus über. Und wenn ich jetzt die Shelly-App öffne, dann kann ich auch sehen, wird hier das Gerät direkt erkannt. Aber das machen wir gleich. Deshalb bitte noch einen Augenblick gedulden. Standardmäßig wird hier Wi-Fi bzw. Matter-Wi-Fi hier genutzt. Wenn ihr das auf Zigbee umstellen möchtet, dann müsst ihr hier diesen Knopf fünfmal draufdrücken und dann ist es für drei Minuten im Pairing-Modus. Das Gute ist, im Gegensatz zu manch anderen Shelly-Geräten kann man das hier zumachen und kann trotzdem hier diesen Knopf fünfmal drücken oder sechsmal oder zehnmal, je nachdem was man hier erreichen möchte. Und passend dazu habe ich euch hier die Liste, was der Knopf noch so kann. Unter anderem, wenn ihr es zehn Sekunden lang gedrückt haltet, könnt ihr das Ganze auch einmal komplett resetten. Wenn wir das Gerät einmal umdrehen, dann sehen wir hier so eine Aufnahmeschiene. Da könnt ihr dann hier dieses Plättchen reinmachen, könnt es hier mit Schrauben befestigen oder hier einmal mit diesem Klebestreifen. Dann zieht ihr das einmal hoch, könnt die Batterie rausmachen, wieder reintun, aufladen, whatever und habt dann ganz viel Spaß. Ihr könnt natürlich direkt mit diesem Detektorkabel hier rangehen und sobald dieses Kabel dann irgendwie Wasser abbekommt, dann schlägt das Alarm. Ihr könnt aber auch, wenn ihr einen kleinen Bereich überbrücken möchtet, hier dieses Verlängerungskabel nehmen und dann beginnt der Erkennungsbereich dann erst ab diesem Bereich. Und dieser Bereich hier ist dann von diesem Gerät nicht erkennbar und ist einfach nur eine reine Verlängerung. Und dieses Kabel hier ist zwei Meter lang und es kann jetzt sein, dass für den einen oder anderen nicht reicht. Mir reicht zum Beispiel nicht unten bei der Küchen-Nische, das sind bei uns drei Meter und ich kann mir weitere Verlängerungskabel hier kaufen in unterschiedlichen Shops. Ich packe euch den Link dafür unten in die Videobeschreibungsbox, da müsst ihr nicht lange suchen und dann könnt ihr das Ganze auch, ich glaube bis zu 100 oder 200 Meter verlängern. Dann würde ich sagen, packen wir nun hier dieses Gerät in die Shelly App. Dazu drücke ich jetzt einmal hier drauf und wenn wir jetzt hier die Shelly App öffnen, bekommen wir direkt hier ein Pop-Up, dass dieses neue Gerät entdeckt wurde. Das ist soweit okay, wir können es jetzt hier hinzufügen, ansonsten könntet ihr auch einfach unten rechts auf das Plus, dann über Bluetooth oder WLAN, whatever, ich bevorzuge Bluetooth. Dann seht ihr auch schon, wird das Gerät hier angezeigt. Wir wählen es einmal aus, dann könnt ihr diese Option so belassen. Einfach Gerät hinzufügen drücken, das war es dann auch schon. Dann wird hier das Gerät direkt bei mir im heimischen WLAN angemeldet. Natürlich, wenn ihr jetzt zum ersten Mal ein Shelly Gerät hinzufügt, davon noch nie Shelly Gerät habt, dann müsst ihr natürlich erstmal eure WLAN Daten eingeben, euer WLAN Passwort, werdet ihr hier dann durch den Prozess durchgelotst. Wunderbar, jetzt können wir hier dem Gerät auch noch einen Namen geben. Das klappt ja alles wie am Schnürchen, könnt jetzt hier noch andere Bilder hier auswählen, ist mir jetzt nicht so wichtig. Dann wählen wir hier noch einen Raum aus, wenn ihr noch keinen Raum habt, einfach hier auf dem Raum hinzufügen Knopf drücken, Raum Namen geben und dann erscheint ihr auch bei euch in der Liste und das war es auch schon. So einfach haben wir das jetzt nun über WLAN hier dieses Gerät in unser heimisches Netzwerk reingebracht. Jetzt steht hier auch schon Shelly Flat Gen 4 ausstehende Verbindung. Dadurch, dass es ein Batteriegerät ist, ist das natürlich sehr gut möglich, dass wir hier noch einmal drauf drücken müssen und da seht ihr auch schon, dann ist das Gerät hier auch direkt aufgewacht. Das werde ich wahrscheinlich im Laufe des Videos hier und da mal machen müssen. Und ganz spannend, bevor ich überhaupt irgendwas hier einstelle, ich habe mir gedacht, hey, dann hole ich mir mal so eine kleine Schüssel Wasser und jetzt tunken wir das Ganze mal da rein. Und ihr seht, nach circa drei Sekunden haben wir hier schon direkt die Meldung bekommen, dass eine Überschwemmung erkannt wurde und das Gerät piepst nun hier rum. Das hat auch schon direkt ohne irgendwelche Einstellungen zu machen funktioniert. Das war mir wichtig, dass ihr das mitbekommt, dass ihr das quasi sofort benutzen könnt, aufstellen könnt, nachdem ihr das hier in die Shelly App gebracht habt. Wahrscheinlich wird es sogar ohne Shelly App Geräusche von sich geben. Wenn dir das bisherige Video geholfen hat, gefallen hat, denkst du, es ist zu viel verlangt, wenn ich jetzt nach einem Like und einem Abo frage? Sonst schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare Fragen zum Video, Wünsche, Anregungen, Kritik. Ich tausche mich gerne mit euch aus, um hier neue Sichtweisen zu erhalten. Und das war es auch schon. Weiter geht es mit dem Video. Ich habe das jetzt mal für euch hier hochgezogen und bevor wir direkt ins Gerät reingehen, möchte ich über diese Übersicht mit euch kurz sprechen. Wir haben hier einmal die Batteriestatusanzeige, das passt. Wir haben hier die Anzeige, ob Wasser erkannt wurde oder nicht, das passt auch. Ganz spannend, wir haben hier drei Icons. Das erste ist, wenn es mit jemandem teilt, dann leuchtet das erste Symbol auf. Das zweite, die Wolke, bedeutet, es ist derzeit mit der Shelly Cloud verbunden. Die zwei Pfeile im Kreis bedeuten, ob ein Update verfügbar ist. Derzeit ist keins verfügbar. Vielleicht kommt ja noch eins. Habt ihr erst frisch hier aufgesetzt. Jetzt können wir reinspringen. Dann haben wir hier einmal die Übersicht über dieses Bleistiftsymbol. Könnt ihr das, was ihr eben angepasst habt, nochmal anpassen. Wir haben auf der linken Seite hier den Bereich für Benachrichtungen. Wenn es systemseitige Benachrichtungen gibt, dann landen diese hier. Dann haben wir hier ein Aktivitätsprotokoll. Das ist derzeit auch leer. Warum eigentlich? Weil wir haben doch eben eigentlich was erkannt. Macht jetzt irgendwie gar keinen Sinn. Der vierte Reiter ist hier die Sensoreinstellung. Da könnt ihr den Alarmmodus nochmal verändern. Zwischen einen Flutmodus oder einen Regenmodus. So, ich habe jetzt hier einmal den Regenmodus gespeichert. Dann könnt ihr das mal testen, was das hier direkt bedeutet. Und normalerweise müssen wir da auch mal so einen Neustart machen. Beziehungsweise einmal auf den Knopf draufdrücken. Habt das jetzt gemacht. Jetzt gehen wir hier einmal auf die Anzeige. Und wenn ich jetzt hier reingehe, dann bekommen wir die Anzeige, dass es regnet. Das bedeutet, wenn ihr Regen tracken möchtet, könnt ihr das mit diesem Gerät auch machen. Wie ihr sehen könnt, jetzt sagt er auch schon Nein. Also dieser Sensor reagiert hier wirklich wunderbar. Ich bin hellauf begeistert. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell reagiert. Jetzt drehen wir das Ganze hier wieder um. Und wir können dann hier nochmal festlegen, wie er hier beim normalen Flutmodus, bei diesem Wassererkennungsmodus dann reagieren soll. Stellt es einfach so ein, wie das für euch passt. Ganz spannend ist auch hier die Haltezeit für den Zustand. Hier könnt ihr festlegen, ab wie viele Sekunden das Gerät sich melden soll. Und bei 0 Sekunden meldet ihr sofort Wasser. Aber wenn das eine gewisse Toleranz hier aufbauen soll, könnt ihr das Ganze auch festlegen. Danach kommt der Reiter für Aktion, auch frühe URL-Aktion genannt. Hier könnt ihr dann HTTP-Aktion abfeuern. Wenn ich jetzt hier einmal durchklicke, dann können wir hier zum Beispiel bei einem Hochwasseralarm, drücke ich einmal auf Weiter. Dann können wir hier eine URL hinzufügen im Sinne von Post und so weiter. Könnt dann dementsprechend hier URL-HTTP-Aktion dann abfeuern. Spannend ist auch der Punkt Netzwerke. Hier könnt ihr nochmal eure WLAN-Einstellung verändern, ein zweites WLAN eingeben, den Zugangspunkt, also den AP von diesem Gerät aktivieren. Dann könnt ihr euch per WLAN dort einwählen. Ist derzeit deaktiviert. Dann haben wir hier Websocket, was ihr machen könnt. RPC über UDP ist möglich. Die Cloud könnt ihr hier deaktivieren. Dann seid ihr komplett lokal unterwegs. Das ist das, was ich machen werde später nach diesem Video, weil ich das hier über Home Assistant nutze. Und dann haben wir noch als letzten Punkt MQTT. Einfach, dass ihr das auch mal hier gesehen habt. Nach Netzwerke kommt hier der Punkt Bluetooth. Dann könnt ihr das Ganze aktivieren. Und könnt dann hier auch nochmal RPC aktivieren, wenn das für euch nötig ist. Anschließend kommt der Punkt hier für die Anwendungseinstellung. Hier könnt ihr nochmal Details zur Gerätenutzung verändern. Oder auch die Gerätekarte hier anpassen. Das ist diese Karte hier vorne. Was ihr eingangs gesehen habt, könnt ihr dann so konfigieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Könnt ihr die Parameter einblenden oder nicht einblenden. Könnt den kleinen Bereich hier verändern. Einfach so, dass es euch gefällt. Der vorletzte Reiter ist hier zum Teilen. Einfach die E-Mail-Adresse eingeben. Derjenige braucht aber auch ein Shelly-Konto. Und dann kann er das Gerät hier auch mit überwachen und steuern und nutzen. Und last but not least komme ich hier zu den Einstellungen. Da könnt ihr noch einmal hier den Gerätenamen verändern. Ihr könnt hier einmal die Firmware-Version aktualisieren. Wir haben Geostandort und Zeitzone, Einwerksreset. Den Geräteneustart könnt ihr hier anträgern. Und ganz spannend wird es hier bei den Geräteinformationen, denn hier haben wir die Geräte-IP. Und wenn ich da einmal drauf drücke, ich wecke mal hier kurz das Gerät auf. Und dann landen wir hier auf der Web-Oberfläche und können die gleichen Einstellungen, die ihr eben gesehen habt, bezüglich Alarm-Mode, Haltezeit, aber auch hier bei den erweiterten Einstellungen wie Wi-Fi, Cloud, alles hier auch nochmal vornehmen. Auch Firmware-Update ist hier möglich. Und ganz spannend, wir haben auch hier den Punkt, wo wir dann zu Zigbee wechseln können. Und außerdem haben wir hier noch den Punkt Meta, hier unser Meta-Code. Also können wir auch die beiden anderen Papierstückchen verlieren. Das sollten wir auf jeden Fall nicht verlieren können. Somit sind wir auch mit der Einrichtung von der Shelly-App durch. Und ich würde sagen, wo wir hier über Meta reden, dann bewegen wir uns mal in diese Richtung. Jetzt bin ich in Apple Home und jetzt würde ich sagen, packen wir das Ganze mal per Meta-Code hier rein. Hier auf dieses Gerät draufgedrückt, damit hier Meta-Inklusion gestartet werden kann. Und jetzt drücken wir mal auf Home hinzufügen. Wunderbar, er springt auch direkt in Konfigurieren. Das ist sehr gut. Jetzt wird das Ganze meinem Zuhause hinzugefügt. Das hat man jetzt vielleicht nicht gesehen. So, jetzt seht ihr es auf jeden Fall. Also das scheint auch zu funktionieren. Jetzt können wir entweder Fertig drücken oder in Home anzeigen, aber ich sehe im Hintergrund Shelly Flut nicht unterstützt. Okay, das ist irgendwie sehr schade. Vielleicht habe ich auch hier derzeit einen Bug. Ich kann das hier in Home anzeigen einmal machen. Okay, jetzt sieht man gar nichts mehr. Hallo. Und das war eine Aufnahme. Wie geil ist das denn? Leute, ihr macht mich fertig. Was ist jetzt los? Okay, jetzt haben wir das Gerät hier. Das hat doch eben alles funktioniert. Was ist denn los? Jetzt nicht unterstütztes Gerät. Wir haben hier auch Wasser. Schade, dass es jetzt hier bei mir nicht klappt. Ich weiß, beim Jörg, beim Kanal Smart Rev hat das funktioniert. Aber anscheinend ist bei mir hier irgendein Fehler. Ist aber auch mal cool, das in dem Video festgehalten zu haben. Dann würde ich sagen, versuchen wir es ganz mal in Home Assistant über Meta reinzubringen. Und dann können wir dort auch den Sensor-Entitäten sehen. Also starten wir hier einen neuen Meta-Anlauf und versuchen das in Home Assistant. Dazu brauchen wir die Home Assistant Companion App, also die App für euer Smartphone, egal ob iOS oder Android. Dann gehen wir dort auf Integration hinzufügen. Dann Meta-Grät hinzufügen. Natürlich muss Meta bei euch schon in Home Assistant konfiguriert sein. Ich habe das bei Apple Home gelöscht. Und auch auf der Webschnittstelle bei Meta habe ich das beim Fabric auch rausgenommen. Also es ist ein komplett frisches Gerät, in Anführungsstrichen. Deshalb mache ich hier Nein, es ist neu. Dann scannen wir das Ganze einmal ab. Es hilft sicher, das Gerät einmal aufzuwecken. Wunderbar, dann ist auch schon hier direkt konfigurieren gegangen, nachdem ich das aufgeweckt habe. Jetzt dürfte es nicht mehr so lange dauern. Top, da haben wir es auch schon. Ein paar hintendran noch ein Meta dazu. Drücken wir einmal auf Weiter. Fertig. Und dann würde ich sagen, springen wir einmal hier auf die Desktop-Oberfläche, damit wir dann einfach ein viel größeres Bild haben. Im Home Assistant gehen wir einmal zu den Einstellungen, Geräte und Dienste und dann zu unserem Bereich mit Meta. Und dort müssten wir hier den Shelly Flat haben. Perfekt. Und wenn wir hier reingehen, haben wir hier einmal Wasserleck. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben den Punkt bei Konfiguration Firmware. Da sehen wir auch immer, ob die Firmware aktuell ist. Das ist auch super. Sonst haben wir hier großartig nichts. Also wird es Zeit wieder für unseren Test. Ich habe hier wieder die Wasserschale und hier einmal irgendein Stück vom Kabel, weil das ganze Kabel erkennt ja hier einen Leck. Noch hat nichts ausgeschlagen. Auch nicht. So. Und wir können sehen, das war fast zeitgleich mit der Shelly App. Wunderbar. Somit können wir sehen, dass die Integration Meta via Wi-Fi in Home Assistant toll funktioniert. Schade, dass es mit Apple Home nicht funktioniert hat. Aber gut, man kann ja nicht alles haben, oder? Was denkt ihr? Jetzt wird es Zeit, das in Home Assistant anzuschauen über den klassischen WLAN Shelly Weg. Und wenn wir hier zu Geräte und Dienste gehen, dann bekommen wir hier auch einmal das Gerät angezeigt. Sollte das nicht der Fall sein, Integration zufügen. Tippt dann hier einmal Shelly ein. Und dann bekommt ihr hier dieses Pop-Up. Und hier trägt ihr dann die IP-Adresse ein. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr die IP-Adresse bekommt, einfach in die Shelly App gehen. Einstellung, Geräteinformation. Und das ist dann, fängt meistens mit einer 192 an. Ich drücke hier auf hinzufügen und ich wecke hier das Gerät einmal auf, dass es einfach gut klappt. Drücke ich hier einmal auf OK. Dann bekomme ich hier den Gerätenamen und packe das hier bei mir in den Hauswirtschaftsraum, wo das auch später genutzt wird. Perfekt. Wir sind jetzt hier auf die Geräte-Info-Seite in Home Assistant vom Shelly Flat Gen 4. Und haben dann hier bei Steuerelemente einmal ein Weg online. Sonst haben wir nichts. Dann haben wir bei Konfiguration neu starten und bei Diagnose, ob es zu Hause ist. Das ist ganz spannend, weil ich verstehe jetzt nicht, normalerweise müsste ein Sensor da sein, der uns dann sagt, ob irgendwie was erkannt wurde. Ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, weil es kann doch nicht sein, dass über die Standard-Shelly-Integration hier der Flat Gen 4 keine Steuerentität zeigt, also die Erkennung, ob nass oder trocken ist. Ich denke, der Fehler liegt bei mir, bei meinem System, weil ich einfach die Beta von Home Assistant installiert habe. Ihr könnt bei Jörg auf dem Kanal Smart Rev vorbeischauen. Er hat sich das Gerät auch kurz angeschaut und bei ihm sieht man in der Shelly-Integration, dass dort trocken und nass angezeigt wird. Also liegt der Fehler hier nicht beim Gerät, sondern in dem Fall an meinem Home Assistant und der Beta-Installation. Jetzt würde ich sagen, packen wir das Ganze nun per ZigBee hier in unser Home Assistant rein. Dazu gehen wir zu ZigBee to MQTT und machen hier einmal Beitritt erlauben, sodass das hier aktiviert ist. Und jetzt müssen wir hier fünfmal draufdrücken. Jetzt sollte es in den ZigBee-Modus gehen und wenn wir dann im ZigBee-Modus sind, muss man manchmal auch nochmal dreimal draufdrücken, dass es erkannt wird. Ich glaube, das Pairing hat jetzt hier nicht so gut geklappt, deshalb werde ich das jetzt hier einmal entfernen und wir versuchen es auf ein neues. Nach ein paar Versuchen hat es nun endlich in ZigBee to MQTT geklappt und wir können hier nun unser Shelly-Gerät sehen. Also springen wir jetzt mal direkt rüber und in der MQTT-Integration haben wir hier auch schon den FLAT Gen 4. Ich ändere kurz mal den Namen. Jetzt springen wir hier einmal rein und können nun auf der Geräte-Info-Seite das sehen, was ich vorher schon gerne hätte gesehen. Denn wir sehen hier einmal den Sensor, ob es nun trocken ist oder in dem Fall nass. Weiter unten haben wir Batterie, Batteriezustand. Also halten wir nun kurz hier dieses Kabel dort rein. Also hier wird es noch als trocken angezeigt, obwohl das Gerät piepst. Jetzt ist es nass geworden. Auch hier, jetzt ist die Frage, liegt das daran, dass ich vielleicht etwas weiter weg bin von meinem ZigBee-Stick oder braucht er allgemein so lang? Aber gut, wenn es bei euch besser erkennt und erkannt wird, dann schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. So ist es Stand bei mir. Vielleicht muss ich auch hier mein ZigBee-Netzwerk ein bisschen auf Vordermann bringen. Kommen wir nun zum Fazit des Shelly FLAT Gen 4. Und ich habe mir im Laufe des Reviews wirklich sehr viel Gedanken über dieses Gerät gemacht, wie man es denn am besten nutzen sollte. Und da sind mir zwei Sachen hier eingefallen. Der erste ist relativ banal. Das Teil erkennt Wasser und ihr bekommt eine Benachrichtigung, rennt sofort nach Hause oder informiert die Partnerin. Idealerweise die Partnerin bekommt auch die Meldung und dreht den Hauptwasserhahn zu, damit hier der Wasserschaden hier unterbrochen wird und ihr vielleicht nur ein 1.000, 2.000 Euro Wasserschaden habt und keinen 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro Wasserschaden oder noch mehr. Aber in einem wirklichen Smart Home müsstet ihr nicht einmal nach Hause rennen, denn sobald dieses Gerät ein Wasserleck meldet, sollte man einen smarten Ventil haben am Hauptwasseranschluss, sodass dann dieser zugedreht wird. Und dann könnte man hier schauen, wo es geleckt hat, sage ich mal, das Ganze reparieren, aufwischen und dann wieder sein Zuhause ganz normal wieder nutzen. Das wäre der beste Use Case und die ganzheitliche Betrachtung, was dieses Gerät einem ermöglichen würde. Und solange man nicht so weit ist, benutzt man natürlich die Benachrichtigungsfunktion und andere Sachen, um sich hier vor einem Wasserschaden so gut es geht zu schützen. Und jetzt würde es mich interessieren, wie würdet ihr hier dieses Sheerly Flat Gen 4 bei euch zu Hause nutzen? Schreibt mir es gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, dieses Gerät noch besser zu verstehen und vielleicht in einem Use Case bei euch zu Hause auch einzusetzen, über ein Like würde ich mich freuen. Ansonsten, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und dieses Video euch angeschaut habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal rein. Bleibt mir gesund, habt eine gute Zeit, macht's gut, ciao!